Moin moin meine Lieben, hier ist eure Stempel-Piratin Jessie, ich bin Unterbengestin, Benab-Demonstratoren und lebe in Rostock. Jetzt möchte ich mit euch die zweite Karte basteln zum All-Inclusive-Kit, frisch und fabelhaft, also die zweite Alternativkarte zu den fünfen, die hier quasi schon mal vorabgebildet sind, zu denen es auch die Anleitung hier gibt. Nehmen wir uns einmal jetzt hier das Stempelset, ein Acryl-Block, es ist zwar hier auch ein Acryl-Block, aber die Standard-Acryl-Blocks, die liegen einfach für mich, also die liegen mir einfach bei seiner Hand. So, dann haben wir hier in der kleinen Box, in dem Set war drin das Dämpel-Spot. Ich nehme jetzt meinen normalen Stempelkissen im Marienblau, den lege ich mal zur Seite. Dann habe ich hier die zweite Hälfte der Karte, die wir vorhin auseinander geschnitten hatten, im ersten Video. Das erste Video verlinke ich euch noch mal hier unten drin. Ich dachte mir, ich ziehe das Ganze jetzt noch mal wieder auseinander, damit ihr nicht ein langes Video am Stück gucken müsst, um die Karte zu finden, die ihr vielleicht in der Vorschau heute schön gefunden habt, sondern es gibt wieder jeden Tag so ein bisschen was. Vielleicht gibt es auch mal zwei am Tag, wir sollen mal schauen. So, dann habe ich hier noch ein Stück Flüsterweiß und die Kordel und die Blümchen aus dem Set selbst. Wir benötigen dann noch den Verschneide- und Falzbrett und halbieren uns einmal den, ja die Idee, das ist ja eigentlich ein Plattenrohling ursprünglichen sind. So, das Stück ist jetzt sieben mal knapp zehn Zentimeter. Ich habe mich dann gerade jetzt doch für ein anderes Stück flüsterweiß entschieden. Das ist ein halbes DIN A4, also in 10,5 x 29,7. Das falzen wir uns jetzt einmal bei 14,8. Ja, 14,8 ist hier oben. Und dann nehmen wir uns hier mit kleiner Schätzerlein und dann könnte man, theoretisch, hier unten noch einmal längs schneiden. Ich setze mir das jetzt hier aber mittig drauf. Ein kleiner Dank. Nehmen wir dann jetzt das andere Stück Flüsterweiß, was wir eben hatten. Stempeln wir das hier drauf. Dann mache ich mir direkt sauber. Es gibt Farben und da gehört meiner Meinung nach das marineblaue zu. Die bleiben ziemlich lange ziemlich gut haften, wenn man es nicht sofort weg macht. Also auf den Stempeln. Und bei den Rottönen generell, da ist sobald man da einmal, ich sag mal einen Magenta-Rot dran hat oder Wassermelone, ist vorbei. Also dann ist der halt einfach pink. Das macht überhaupt nichts am Stempelabdruck an sich. Das ist nur quasi, ja es ist nur Optik. Jetzt habe ich mir jetzt hier einmal auf ein Ende abgeschnitten. Und das kriegen wir uns hier gleich drauf. Aber, also ich hatte erst gedacht, ich mache das gerade. Ich glaube aber mit so einem Bannerstanzer wäre das ein bisschen cooler. So, die beiden habe ich hier. Ich glaube aber der hier wirkt er am besten. Dann schneiden wir uns das jetzt einmal ein bisschen kürzer. So. Diesmal setze ich mir den, ja die Ermattung ist es ja auch nicht. Das ist ja im Prinzip das, was man in der Kartenrohling war. Dann klebe ich mir diesmal etwas höher. Dann klebe ich mir das jetzt drauf. Und schon ist die kleine schnelle Dankeskarte fertig. Diese Karte bekommt jetzt eine von meinen Kundinnen. Die hat bei der letzten Sammelbestellung mitbestellt. Ich packe für meine Kundinnen halt immer irgendwie eine kleine Karte oder jetzt zuletzt war es dann auch selbstgemachte Brombeermarmelade mit rein. Ja, es ist immer so meine Art nochmal Danke zu sagen, dass sie über mich bestellt haben. Ja, wenn du auch über mich bestellen möchtest, unten in der Infobox findest du den Link zu meinem Shopzugang. Die Sachen, die ich benutzt habe, habe ich euch auch alle verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn ihr Anregungen habt, Kritik, gerne konstruktive Kritik. Könnt ihr auch gerne in die Kommentare reinschreiben oder mir eine Mail schreiben an stempelpiraten.gmx.de Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Alternativkarte zu dem All-Inclusive-Kit. Frisch und fabelhaft. Bis dann. Ciao. Ja, einen kleinen Nachtrag habe ich dann doch noch. Und zwar wurde ich jetzt schon ein paar Mal gefragt, wie das ist, wenn man Karten gewerblich verkaufen möchte. Ich mache hinten auf meine Karten immer mein Stempelpirat in Logo drauf. Und dann gibt es einmal das Set aus der Kreativwerkstatt. Und ich habe ein etwas älteres hier. Da ist dann drinne Created by in einem Stempelpirat und dann Stampin' Up. Oder auch Stampin' Up alleine. Also es ist so, wenn ihr Stampin' Up Karten auf dem Weihnachtsbasar oder wie auch immer verkaufen möchtet, dann muss halt einfach ein Vermerk drauf, dass die Stempel von Stampin' Up waren oder sind. Ganz einfach hinten nur drauf und dann ist es schick. So, nur aber. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao.